Hallo ihr Lieben, heute wird wieder ein Türchen geöffnet und was gibt es heute? Heute habe ich was ganz besonderes für euch und zwar die Pfeffermischung Louis Schwarzes Gold. Pfeffermischung, im Prinzip Teli-Cherry-Pfeffer, Ku-Beben-Pfeffer und bengalischer Langschwanz-Pfeffer bei meinen Gerichten der absolute Brüller, weil er natürlich Gerichte ganz einfach jeglicher Art in den Himmel hebt. Also ihr Lieben, Pfeffermischung heute in unserem Türchen, ihr wisst Bescheid, viel Spaß dabei und viel Glück. Ciao, macht's gut.